Willkommen in Leukerbad, in der Schweiz, genau, im Wallis. Und hier findet alljährlich der erste Rinko-Kampf der Saison statt. Und der ist mitten im Schnee. Jossi! Jossi! Und mit der Wetterkuh? Ja, mit dieser hier. Und bist du zufrieden? Ja. Ja. Ich bin sehr stolz, mein Tier hat super gekämpft. Mein Name ist Frank Pechler und das ist jetzt die Renet hier. Sie hat jetzt natürlich heute die fünfte Platz gemacht, das erste Mal. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was sie jetzt noch gemacht hat. Wie heim sind Sie, wie gut? Wie alt ist sie? Wie alt ist sie? Dann fangt man an mit dem Furtkampf? Ja. Ist das ihr echter Kampf? Ja. Also das ist von Jahr zu Jahr verschieden, wie die Laune ist. Es gibt viele. Das sind viele Frauen, oder? Ja, ja. 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 Und wie alt ist die Papa? Zwei Jahre geworden. Also noch ziemlich jung in der Fall. Wann fängt man an mit dem Furtkampf an? Genau in diesem Alter. Also dann sind Sie so richtig schön zickisch. Die Papa hat eine ziemlich fesche Figur. Wie schwer ist sie? Ja, das ist das schon bei 600 Kilo, 26 Kilo. Also kann man sagen, je fescher man ist und je mehr man holt von den Hügel? Kann man nicht sagen. Gar nichts. Also es ist eine Charaktersache. Das ist genauso. Okay, also eben wie bei den Frauen halt. Aber das ist ja der Fall schon auf der Fall. Und ich will nicht alles wieder, eins. So viel weiter, dass du weiter wirst. Dann, jetzt mal zusammen, komm mal rein. Ja, ja. Du hast ja auch gehört. Und ich will nie. Dann, was du nie. Woollern. Du bist du, was in dieser Zeit. Und ich will nicht. Musik Musik